Hallo Greerseich, ich habe euch hier heute zwei Highlights von der Firma Nordica mitgebracht. Einmal ein Unisex, einen hochsportlichen Unisex-Ski, den Multigara und einmal unseren Bell DC 78. Wir haben seit einiger Zeit eine sehr innovative Skikonstruktion, die nennt sich Double Core. Das heißt, wir verbauen zwei übereinander liegende Holzkerne, nicht nur einen Holzkern, sondern zwei. Die sind in der Mitte voneinander getrennt, aber auch wiederum verklebt mit dem sogenannten Palzcore, einer ganz dünnen, dämpfenden Elastomerschicht, die die beiden Holzkerne schon ein bisschen unabhängig voneinander arbeiten lässt und den Ski sehr angenehm dämpft. Hat sehr gute Fahreigenschaften, speziell wenn es ein bisschen härtere Piste ist, wenn es ein bisschen unruhiger wird. Aber auch im niedrigeren Geschwindigkeitsbereich funktionieren die Ski dadurch sehr, sehr gut. Zum einen habe ich hier den Multigara, unser absolutes, superhottes Top-Gerät. Komplett in schwarz, kommt natürlich aus der Dobermann-Familie. Dobermann bei Nordica steht für High Performance Racing. Hier haben wir vom Radius her deshalb Multigara, ein Multiradius-Ski mit der Slalom-Schaufel und einer Riesenslalom-Tallierung, also leichter Kurveneinzug und dann kann man richtig Gas geben und Spaß haben mit dem Ski. Ein Race-Kafer zwischen Riesenslalom und Slalom, was die Tallierung angeht. Und das zweite Modell, was ich dabei habe, ist der Bell Double Core 78. Auch hier die Double Core-Technologie wunderbar zu erkennen an der zweifarbigen Seitenwange mit 78 mm unter der Bindung. Ein super universeller, sportlich, aber dennoch Ski für die Dame auf der Piste und auch ein bisschen schon fürs Gelände.